Hier ist wieder Tomari von Gamers Palace.de. Wir spielen wieder Bound by Flame für die Playstation 4. Vorab schon mal eine kleine Entschuldigung, dass die neuen Videos jetzt mit ein bisschen Verspätung kommen. Wie ihr auch schon in den letzten Videos hören konntet, bin ich gerade gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Und in der kleinen Pause, die ich jetzt auch beim Aufnehmen gemacht habe, habe ich mir überlegt, was wir als nächstes in Bound by Flame tun. Ihr erinnert euch, wir sind in Valvenor unterwegs und haben ziemlich viele Nebenaufgaben zu erledigen. Und das einzige, was ich zwischenzeitlich gemacht habe, gerade auf dem Weg hierher zu Sibyl, ist, ich habe Rationen für die Heilerin eingesammelt, die wir ihr jetzt gleich abgeben. Aber danach dachte ich mir, packen wir mal Sibyl in unsere Gruppe mit ein und gehen dann mit ihr zusammen raus in den Sumpf, um diese erste Nebenquest, die immer noch übrig ist, zu erledigen, nämlich ihr die Tierwelle zu zeigen. Heißt, wir nehmen sie jetzt einfach mal in unsere Gruppe auf. Sibyl, kannst du reden? Ja. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du willst. Gut, jetzt haben wir sie schon in unserer Gruppe mit dabei. Wir geben ihr gleich mal einen Kampfstil. Na, wir überlassen ihr das jetzt einfach mal selber. Mal gucken, wie sie sich da benimmt. Gut, wir gehen jetzt hier wieder raus aus dem Rathauskeller war das, also dieser Vorratskeller. Und suchen dann erst nochmal die Heilerin auf und geben ihr diese Vorräte, die wir gesammelt haben. Wir erinnern uns ja, dass die Heilerin mit ihren ganzen Aufgaben, die sie in dem Dorf hat, eben ein bisschen überfordert ist. Und dann endlich, nachdem wir auch mit dem Verwalter gesprochen hatten, eingewilligt hatte, dass wir ihr da ja ein bisschen weiterhelfen können. Und sie hatte uns eben damit beauftragt, Nahrung zu suchen. Und jetzt gucken wir mal, wo sie ist. Es ist schon wieder Tag geworden. Das hier ist Mason, mit ihm müssen wir nachher auch reden. Aber hier oben war die Heilerin, die Mirana. Hier, ich habe die Zutaten, die du brauchst. Und auch ein wenig Nahrung. Das ist sehr großzügig von dir. Ich verspreche dir, dass es viele Leben retten wird. Warum? Kannst ebenso eine Leiche bandagieren. Fehlen nur noch die Heiltränke. Ich habe dir sonst alles gebracht, was du wolltest. Ja, wir machen Fortschritte. Sonst noch was? Ich brauche Informationen über dein... Ah, okay. Also hier können wir auch noch ein bisschen was in Erfahrung bringen. Was, wenn wir auch noch suchen, ist der Schmied. Wir fragen sie nochmal danach. Du kannst zu Asael gehen. Er ist ein abscheulicher Kerl. Aber es gibt... Als ich mit den Flüchtlingen sprach, erfuhr ich, dass einer von ihnen einst Schmied war. Aber er brachte nur eine sterbende Kuh mit her. Sein Name ist Renko, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er Talent hat und ohne eine Schmiede wird er keine große Hilfe sein. Aber er ist mit Sicherheit angenehmer als der schreckliche Elf. Was hältst du von Berti? Oh, lass mich nicht damit anfangen. Zu spät, wenn du... Wenn ich du wäre, würde ich ihm es trauen. Du musst wissen, dass er vor dem Krieg nur ein Lakai war, der sich vor jedem mächtig... Aufgrund eines Fehlers hat er nun die Führung. Er ist ein Spätzünder, ein Opportunist, bereit alles zu tun. Ich hatte das Unglück seinen Sinn für Priori... Wir sind im Krieg. Die Lage ist nicht einfach. Zu welchem Preis? Indem er Flüchtlinge wie Tiere behandelt? Ihn nicht das Nötige zum Überleben gibt? Indem er die Elim... Wer tritt ihm entgegen? Ich habe das Haus der Heilung nicht alleine aufgebaut, sondern zusammen mit meinem Mann, Rohlen. Er war kein großer Krieger oder begnadeter Stamm. Vor unserer Heirat war er mein Lehrer. Der Verwalter empfing uns mit offenen Armen. Wir kümmerten uns um seine Männer, seine Dorfbewohner. Dann kamen die Flüchtlinge in immer größeren Gruppen. Zu viele für Schaumria. Rohlen war außer sich. Er versuchte ihm zu erklären, dass wir jeden heilen. Ein paar Tage später kam ich aus den Sümpfen zurück und fand Rohlen im Haus der Heilung. Du glaubst, dass der Ver... Wer sonst hatte einen Grund, ihn zu töten? Jeder liebte ihn, brauchte ihn. Schaumria dachte, dass das Haus der Heilung ohne ihn schließen würde und sich die Anzahl der Flüchtlinge auf natürliche Pech für ihn. Aber ich führe die Arbeit... Das Haus der Heilung ist eine Verschwendung. Lass uns über dein Haus der Heilung reden. Ich gehe! Okay, wir müssen ihr noch Heiltränke dann bringen. Dazu brauchen wir dann erstmal selber wieder welche. Äh, was sind sie denn? Was sind denn unsere Heiltränke? Ach, hier waren sie gerade. Wir haben ja gerade fünf Stück, aber vielleicht gehen wir jetzt erstmal raus und gucken, was wir da noch so finden. Äh... Bevor wir das vergessen, können wir uns aber auch mal auf die Suche nach diesem Renko begeben. Wo auch immer der sein mag. Hm, da gucken wir mal auf der Karte nach. Hm... Na gut, wir gehen mal hier durch. Also ich finde das in dem Spiel ganz gut gemacht, dass es so viele verschachtelte Sequenzen gibt und man ja auch mit verschiedenen Leuten reden muss, um dann alles Mögliche zu erfahren. Es ist halt wirklich, äh, auch ganz realistisch so. Und mal nicht dieses geradlinige. Du findest schon auf jeden Fall, was du brauchst. Das finde ich wirklich gut. Ah, hier, hier ist Renko irgendwo. Den Schmied, mit dem wir mal reden können. Reden wir doch mal mit ihm. Grüße. Ich wollte dich... Da du scheinbar sehr einfallsreich bist, kennst du bestimmt jeden... Ja, den gibt es. Mich. Das hätte ich mir denken können. Wieder ein Schwindel? Keineswegs. Hör zu. Ich weiß, du glaubst, ich sei ein Schwindler. Aber bevor ich in diesem verdammten Sumpf zum... Das Problem ist, dass ich weder Schmiede noch Ausrüstung habe. Warum benutzt du nicht... Das habe ich versucht. Aber dieser Idiot, der sich Künstler schimpft, arbeitet dort. Nein. Was ich wirklich für die Arbeit brauche, ist meine... Und? Am anderen Ende des Sumpfes, leider. Wenn ich damit zurückkomme, musst du mir helfen, die... Einverstanden. Warte mal. Es gibt nicht so viele Wachen. Also müssten zehn Stücke Rohmetall... Nun... Ich hoffe, dass da... Okay. Also jetzt haben wir schon wieder eine Quest, eine weitere Quest bekommen. Wir müssen eben jetzt seinen Spiedermagen zurückkriegen und dann natürlich auch Materialien sammeln. Das ist jetzt so eine typische Quest aller, äh, sammelt 10 dies, sammelt 10 das. Aber damit kommen wir natürlich klar. Ähm... Gut, ich würde sagen, wir gehen mal... Ich überlege gerade, wo wir hin müssen. Hier wahrscheinlich hin. Hier gehen wir mal raus. Ich hoffe dann, dass wir dort auch Sybille unsere... Also die Tierwelt zeigen können. Aber vielleicht schon. So. Gehen wir hier mal raus. Gucken wir mal hin, wie weit wir hier Quests erledigen können. Gucken wir mal hin, wie weit wir hier Quests erledigen können. So. So. Komm schon, geht's los mit meinen Gegnern. So, wir nehmen gleich mal... Gefallen der Waffe. Was jetzt nicht geklappt hat. Was jetzt nicht geklappt hat. Ah, sind auch schon fast wieder tot. Das geht echt schnell. So. Mal zu gucken. Gehen wir mal ihn hier an. Und? Unser Sybille ist schon, äh... Ist schon, äh, hier tot und verletzt. Aber die steht natürlich gleich wieder auf. Ach, so. Vielleicht, dass wir eben nochmal einen Fireball nehmen. Das, was gemacht hat? Ja. Wir sind aus irgendeinem Grund in der... ...wann wir in der Schurkenstellung gelandet. Das wollten wir eigentlich nicht. Gibt's eben noch einen Feuerball hinterher. So. Gut. Der Kampf ist vorbei, unsere Sybille steht wieder auf. Scheint uns auch zu heilen. Das ist mal. Sehr, sehr nützlich. Das können wir nämlich sehr gut brauchen. So. Ja. believe ich das ist du Ah, ich wette, sie wird nicht einen einzigen Kampf richtig Ich wette, sie wird nicht überleben Ah, gut So, das haben wir auch wieder geschafft Und wir haben Stufe 11 erreicht Wunderbar, wunderbar Gucken wir mal, was wir ausrüsten können damit Mehr Magie Was mit den mehr Dingen haben, brauchen wir noch nicht so Ah, das ist ganz gut, dass wir mal mehr Gegenstände finden Vielleicht wissen wir das mal aus Gut Truhen geben ein Geräusch ab Auch ganz nützlich, wenn ich es mal so sagen darf Gut Fähigkeiten Mal gucken Den Krieger Gehen wir hier ein bisschen noch auf den Wirbelsturm Was ist das hier noch? Ja, das ist auch ganz cool Du kannst nach einem Sturz schneller aufstehen Das hätte uns in dem Duell sehr weiter geholfen Dass wir gegen den Randwall geführt haben Gut Und dann Was rüsten wir noch auf? Das hier, Störfähigkeit plus 5 Mal gucken, was wir beim nächsten Mal so machen Naja, den Feuerball dann nochmal aufwerden Aber das machen wir dann erst beim nächsten Level abwerden So, wir müssen mal rausfinden, wie wir da zu der 2 kommen Die da auf der Karte steht Weiß ich gerade noch nicht so genau, wie man da hinkommt Aha, wahrscheinlich hier Naja, gut Was für fachrare Team Sie sehen wie gigantische... Du warst schon... Dinger aus Ja, ja. Ich weiß, was du denkst. Ja, ja. Ja. Also die Umgebung hier. Das finde ich richtig cool. Und dass man jetzt hier nicht stur irgendwie 10 davon und 5 davon besiegen musste, finde ich wirklich gut. Ich habe jetzt einfach X gedrückt. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Ich weiß nämlich nicht, was jetzt passiert gleich. Hey, das ist mein Wagen. Verdammt, das ist mein Wagen. Ah, okay. Renko kam direkt. Wieder. Ja. Okay. Okay. Grüße, Vulkan. Zeig, was du diesmal anzubieten hast. Gucken wir jetzt mal direkt, was er so verkauft. Eija. Schon mal coole Schwerter und so. Schwerter mit viel Schaden. Das hier ist hübsch. Glauben, das hier kaufen wir mal. So viel Geld haben wir auch. Gut. Äh. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal aus. Aber wir haben auch neue Waffen hier bekommen. Aber mit weniger Verteidigung. Gucken wir mal aus. Der hier auch. Wir recyceln jetzt mal das hier. Und haben dann direkt wieder Rohstoffe für unsere neue Waffe. So, können wir jetzt mal gucken, was wir hier herstellen können. Ah, maximale Gesundheit plus 10. Nicht schlecht. Wesentlicher Schaden plus 2. Hm. Plus 3. Cool. Stellen wir das doch direkt mal her. Können wir auch eine Trophäe bekommen. Kritische Treffer. Oh. Auf der Flammen. Das würde ich gerne machen. Da brauchen wir noch verderbte Juwele. Gucken wir mal in unserem Beutel, ob wir das haben. Verderbten Stahl brauchen wir dafür. Brauchen wir wieder Stahl dafür. Wie viele brauchen wir denn? Ein verderbten Stahl und Herzstaub. Puh. Okay. Brauchen wir 6 Stahl dafür. Puh. Ganz schön. Krass. Mal gucken, vielleicht können wir das bei ihm kaufen. Kaufen. Er hat keinen Stahl für uns. Aber wir können ja ein bisschen was hier verkaufen. Kaufen nämlich mal. Oder ich muss mal gucken, vielleicht können wir auch alle Waffen recyceln. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Können wir tatsächlich. Dann recyceln wir das doch mal. Gut. Hier rüsten wir mal aus. So. Was haben wir hier? So. Guck, vielleicht haben wir jetzt zufällig sogar was bekommen, um unseren Glaub herzustellen. Fangen wir nur das verderbte Juwel. Wie viel Stahl haben wir denn? Wir haben einen. Oh, wenn ich mir das nochmal merken könnte. Wir brauchen ja letztendlich das verderbte Juwel und da brauchen wir einen verderbten Stahl dafür und noch drei Herzstaub. Herzstaub könnten wir mal herstellen. Ne, können wir auch nicht. Okay, dann gehen wir einfach noch ein bisschen Zeug sammeln gleich. Mein Gott. Aber jetzt können wir auch hier die Quest schon erlegen. Ich habe Material... Großartig! Ich habe alles... Ich sage dem Hauptmann der Wachen... Ich würde... Und? Fühlst du dich besser? Viel besser! Ich brauche keine Leute mehr beschwindeln. Selbst der Verwalter hat Interesse gewonnen. Er kam vorhin... Ich gehe... Gut. Die Quest haben wir jetzt schon mal erledigt. Können wir vielleicht gleich dem Verwalter Bescheid geben. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir die Wächter trainieren. Können nicht länger den Schwanz anziehen. Mach es dir selbst, Kaufklingel. Um, weohnheit. Wir müssen uns zerstören. Spannende Musik Wir müssen uns zerstören. Passt uns zerstören. Doch. Schnellw viments. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. love wir sind. Das ist... ich bin noch nie. Ich bin noch nicht. Wir bin noch ein bisschen. Ich bin noch nicht. Geist bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ja, ich bin noch nie. Ja... So. So trainieren wir also seine Wachen. Hm. Okay. Merkwürdige Art, die zu trainieren, aber... So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie machen Fortschritte. Wenn du sie oft genug schlägst, lernen sie, wie man sich verteidigt. Willst du ihnen eine letzte Lektion erteilen? Eine letzte Lektion. Vielleicht haben wir dann die Quest auch schon erledigt. Jetzt machen wir das gleich wieder mit der brennenden Waffe. Oh, das war nicht so gut. Oh, das war nicht so gut. Ich muss das diesmal wieder ohne Sybille eben machen. Oh, das war nicht so gut. So, geschafft haben wir es. Gute Arbeit. Natürlich werden sie dich für einige Zeit hassen. Aber was sie heute gelernt haben, wird ihnen einmal das Leben retten. Gern geschehen. So macht Leben retten Spaß. Gut. Haben wir das also auch geschafft. Jetzt geben wir, gucken was er noch hatte bei uns. Gut, also wir sollen ja nur noch hier sein, ein Beobachter oder was das war finden. Können wir dann auch noch machen. Gucken, unsere Heiltränke brauchen wir wahrscheinlich immer noch selber. Gucken wir jetzt mal, was wir als nächstes erledigen können. Wahrscheinlich müssen wir dazu dann wieder raus. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Video, wenn ich unsere Zeit hier betrachte. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bound by Flame auch spielen wollt. Ob ihr es schon gespielt habt. Wie ihr unser Let's Play findet. Und ob ihr unser Forum schon gefunden habt. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß. Und Tschüss. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.